Versuchen wir unser Glück mit Kairo Casino. Das war's. Es geht nix mehr an den Dingern, ey. Pause. Oh, jetzt hast du nichts gespiegelt. Oh, das ist gut. Ja, hast aber schon mal fünf Beispiele mehr. Es müssten ein paar Schilder kommen. Schade, dass du den König nicht da reingesetzt hast. Oh, nicht schlecht. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Noch ein Schild, dann ist das Goldene. Oh, da ist es. Und jetzt ein Punkt auf das Goldene Schwert. Und letzter Dreh. Jawohl, da ist es. Oh, oh. Kann das was werden? Ach, da war das Schwert hinter den anderen Schwert, hast du gehört? Wie gemein. Ah, schade. Oh, das ist gut. Das wandern aber weiter, ne? Das Spiel. Ja, ja, klar. Solange du Schwerter hast, kriegst du immer weiter Freispiele. Das ist ja das Gute. Das ist ja das Gute. Deshalb sollten immer möglichst hinten kommen, die Schwerter. Damit die viele Verlängerungen hast. Oder nochmal drei Schilder jetzt wären gut. Aber das war es jetzt, das Ende. Naja, war doch nett. Du kannst sogar riskieren, die Summe. Komm, hau mal was rein. Ach, 8 Euro. Highlight. Ach, 8 Euro.